Herzmacher, Herzkönigin, richtig, wir reisen jetzt in die Welt von Alice im Wunderland mit unseren Teenagers. Alice Kingsley war keine gewöhnliche junge Dame. Alice liebte das Unmögliche. Und nicht selten gelang es ihr, dass das Unmögliche ermöglicht wurde. Sicher hatte das mit ihrem Vater zu tun. Er hatte Abenteuer im Blut und Visionen im Kopf. Vielleicht konnte Alice auch deshalb in das fantastische Unterland gelangen. Ab geht die Party hier am Rundvollfahrt. Ich kann euch nicht hören. Bravo! Woooo! It will be any of you. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und auch jetzt reisen wir in eine Welt, die seit Jahrhunderten jung und alt verzaubert.